Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr habt es so oft angefragt, jetzt kommt es mal wieder, das What's on my iPhone 5s. Viel Spaß! In der letzten Zeit habe ich sehr viele Anfragen von euch bekommen, ob ich nicht mal wieder ein What's on my iPhone machen kann. Natürlich, in diesem Video kommt das Ganze. Fangen wir auch gleich an. Auf der ersten Seite haben wir hier eigentlich die ganzen normalen Standard-Apps. Da haben wir jetzt nicht groß was verändert. Auch die Anordnung ist eigentlich noch relativ gleich geblieben. Ich habe lediglich unten den Telegram-Messenger und die Spotify-App, um jetzt Musik zu hören. Telegram, wer es nicht kennt, ist so eine Alternative zu What's App. What's App nutze ich aber trotzdem noch weiterhin immer eigentlich und das befindet sich dann auch noch im Dock. Sonst, wie gesagt, hat sich eigentlich hier auf der ersten Seite gar nichts verändert. Alles noch das Standard-US und kommen wir dann jetzt auch schon gleich auf die zweite Seite. Da geht es jetzt gleich mal los mit den ganzen Apps für die sozialen Netzwerke. Als erstes habe ich hier Tweetbot. Das Ganze ist ein Twitter-Client. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen. Da erfahrt ihr immer, wann neue Videos kommen und alles so rund um mich halt auch ein bisschen Privates und so weiter. Dann zur zweiten App, da ist meine Facebook-Seiten-App. Auch da könnt ihr mir gerne folgen. Da erfahrt ihr auch, wann neue Videos kommen. Meine normale Facebook-App. Facebook-Messenger. Und dann geht es weiter mit der Google-App für Google Maps. Und DB-Navigator, um jetzt Bus-Verbindungen, Such-Verbindungen und so rauszufinden. Foursquare. Damit kann man jetzt an Orten einchecken und das Ganze dann auf Twitter teilen, wenn man so möchte. Instagram ist auch ein Dienst, da kann man jetzt Bilder hochladen und so weiter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Der Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wine nutze ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, seitdem es halt diese Videofunktion für Instagram gibt. Als nächstes kommt dann die Apple-Store-App. Und dann kommen wir zur App iPhone. Das ist eigentlich so ein Newsletter-Dienst rund um Technik, Apple und so weiter. Remote. Da kann hier erstmal eine iTunes-Bediathek auch über das iPhone steuern und so weiter. Sehr praktisch. Around Me. Dick.cc. Ein Übersetzer. Dann haben wir hier eine App von Telekom, beziehungsweise eine Seite von Telekom. Und zwar sehe ich dann, wie viel Datenvolumen ich diesen Monat noch zur Verfügung habe. Dann den Schrittzähler. Ja, wie der Name schon sagt, zählt halt die Schritte. Clear Plus. Das Ganze ist eine App-Alternative zur normalen Erinnerungs-App. Quiz-Duell sollte eigentlich auch jeder kennen. Scan. Da kann ich jetzt Quare-Code scannen. Und dann habe ich noch die App von Java. Kommen wir dann jetzt auch schon auf die dritte Seite. Und ihr seht schon, ich habe eigentlich hier alles in Ordner unterteilt. Fangen wir gleich im ersten Ordner an. Und das Ganze ist ein Spiele-Ordner. Hier habe ich ja so alle Spiele, die ich jetzt für unterwegs noch ein bisschen brauche. Für die Busfahrt, Zugfahrt und so weiter. Um jetzt ein bisschen die Langeweile zu vertreiben. Kommen wir aber auch schon zum nächsten Ordner. Produktivität. Da haben wir jetzt eigentlich sehr viele Apps drin. Als erstes habe ich hier die beiden Onevo-Apps. Das ist jetzt, um Datenvolumen einzusparen. Und dann kommt Speedtest, um halt seine Internetgeschwindigkeit zu testen. iTranslate ist ein Übersetzer. Currency. Damit kann man jetzt die Währungen umrechnen. Dann Fritz Phone. Das ist jetzt, wenn man eine Fritzbox hat. Kann man über diese App kostenlos telefonieren. Oder auch intern anrufen. Sehr, sehr praktisch. Geekbench 3. Damit kann man halt einen Benchmark-Test auf dem iPhone machen. Lieferungen. Da sehe ich jetzt, wann meine Pakete ankommen, die ich zum Beispiel von Amazon bestellt habe. Und so weiter. Wirklich eine sehr praktische App. Dann geht es weiter auf der nächsten Seite mit Kino.de. Ist eine App, mit der man sehen kann, welche Kinofilme gerade so laufen. Heute. Da sieht man jetzt, welche Ereignisse am heutigen Tag vor 50 Jahren zum Beispiel passiert sind. Convertible ist auch eine Umrechnungs-App. Mega. Ist eine App wie Dropbox. Da kann ich jetzt Dateien hochladen. DayZero. Das ist eine App, da kann man sehen, wie viele Tage es noch zu einem bestimmten Tag hin sind. Business Pro. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das ist eine wirklich sehr praktische Business-App. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal mal vorbeischauen. Dataman auf der nächsten Seite. Das ist eine App. Da sehe ich dann, wie viel Datenvolumen ich schon verbraucht habe. Geekbench. Das ist noch die ältere Version von Geekbench. PayPal. Und dann habe ich noch Webkamera. Da könnte ich erst mal iPhone zum Beispiel als Webcam nutzen. Und dann zum Schluss noch die Webmail-App. Dann kommen wir zum nächsten Ordner. Foto und Video. Hier habe ich jetzt eigentlich auch sehr viele Apps, die eigentlich das gleiche tun. Und zwar Fotos etwas mit Effekten zu versehen. Einzig habe ich hier noch die YouTube Capture-App. Auf der zweiten Seite habe ich dann hier noch Pix-Stitch. Da kann man jetzt mehrere Fotos zu einem Foto zusammenfügen. Und Genius Scan. Damit kann man jetzt Dokumente einscannen und das Ganze als Bild speichern und so weiter. Navigation. Da habe ich jetzt eigentlich nur zwei Apps drin. Und zwar Regenrader, um zu sehen, wann es mal wieder regnet. Und die Lufthansa-App. Dann kommen wir zum Ordner Essen und Trinken. Da habe ich jetzt eigentlich nur so Apps drin wie McDonald's, Burger King und so weiter. Halt was mit Essen zu tun hat. Dann zum Ordner Apple. Da habe ich jetzt die ganzen Apple-Apps drin. Nutze ich ehrlich gesagt gar nicht so oft. Der Ordner Bildung umfasst Apps wie zum Beispiel The Birch, Engadget und Flipboard. Die beiden ersten Apps sind so News-Seiten rund um Technik. Wirklich sehr praktisch. Kann ich euch nur empfehlen. Und Flipboard. Da kann man sich dann eigene News-Seiten so erstellen. Kommen wir zum nächsten Ordner Sport. Da habe ich jetzt nur eine App drin. Und zwar Eiliger für Bundesliga-Ergebnisse. Und soziale Netze. Das umfasst eigentlich die ganzen Apps wie Google+, Twitter, TimeHop. Um jetzt zu sehen, was ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren so getwittert habe. Und dann haben wir auch Google Hangouts, Amazon und IFTTT. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Ordner. Südia. Und zwar haben wir hier jetzt die ganzen Südia-Apps drin. Wie Winterboard und iFile und iCleaner. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Normalerweise habe ich die App-Namen gar nicht angezeigt. Da ich das wesentlich besser finde, wenn man die hier in meinem Fall nicht angezeigt hat. Da es sehr gut mit dem Winterboard-File Soft Remix zusammenpasst. Finde ich wirklich eine sehr gute Kombination. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Oder abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.